Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es gibt, Dankeschön, sensationelle Neuigkeiten. William Jefferson Clinton. Oder wie wir seine Freunde ihn nennen, Bill. Heute hat er die Rede gehalten, auf die alle gewartet haben. Und es gibt eine sensationelle Neuigkeit. Sie haben es gelesen, am Wochenende, meine Damen und Herren, wurde bei Monika Lewinsky. Sie wissen, die junge, unschuldige Praktikantin, oder wir sagen, Monika Lewinsky, ein Hemd gefunden, angeblich mit Sperma-Resten des Präsidenten. Klingt unappetitlich, aber wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ja, denn das würde ja beweisen, aha, vielleicht hatte Clinton keinen Sex mit Monika, sondern nur mit dem Hemd. Wer weiß. Neueste Meldung, Moni und Bill. Monika und Bill wurden erwischt im Kino des Weißen Hauses. Noch nicht ganz klar, welchen Film haben die beiden dabei gesehen. Wir vermuten, die nackte Kanone. Bill Clinton hat gestern diese Rede gehalten, bewundernswert, ruhig, ja. Und der Satz, Sie erinnern sich, war, er wird sich nicht um den Presserummel kümmern, sondern sich mit ganzer Konzentration seiner Arbeit für das amerikanische Volk widmen. Zumindest für den weiblichen Teil. Er war seriös, er war sehr überzeugend und das Erstaunliche war, man hat die Praktikantin unter dem Tisch kaum bemerkt. Und ich habe es nicht genau gehört, ich habe es nicht genau gehört, ich habe die Übersetzung nicht genau verstanden, hat Bill Clinton gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Ich habe es nicht gehört. Und bei all diesen Zeichnungen dauernd, die wir jetzt sehen, wo im Weißen Haus was ist, wo sind eigentlich im Weißen Haus die Badewannen? Das haben wir noch auf keiner Zeichnung gesehen. Er war ein bisschen nervös, der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Oder auf der Pressekonferenz? Haben Sie auch so empfunden? Angespannt? Und ich glaube, ich weiß warum. Er hat in dieser halben Stunde drei Dates absagen müssen, das heißt, eine halbe Stunde ohne Sex, das kann ihm schon ein bisschen auf die Nerven hauen. Das Neueste... In den USA, die neueste Mode ist der sogenannte Presse-Dance. Das wird jetzt in den Diskotheken geübt. Der Presse-Dance geht eins, zwei, Seitensprung und drückte drei, vier. Eins, zwei, Seitensprung und drückte drei. Eins, zwei, könntest du zu Hause ruhig mal machen, ja? Teppich zurückrollen, oder? Bitte, Sie haben ein Parkett. Oh, Entschuldigung. Heute Mittag haben wir das Live-Interview gesehen, 13 Uhr, seine Gattin Hillary Rotten Clinton. Und Hillary Rotten Clinton steht zu ihrem Gatten. Sie sagt sich, mein Gott, wegen so ein paar Affären gebe ich doch nicht das Präsidentenamt zurück. Ganz cool hat sie das gemacht. Unser Star-Reporter Kai Edel wird nachher das Allerneuste, das Sensationellste, das Schockierendste hier live aus Washington vermelden. Die große Frage in den USA lautet, wie ist Oralsex? Denn der Präsident und Moni hatten ja sozusagen kein Verkehr, sondern wenn überhaupt, Oralsex. Und die Frage ist, ist Oralsex Ehebruch oder nicht? Und ich weiß, dass viele meiner treuesten Zuschauerinnen jetzt sagen werden, die Oberstudienratsgattinnen. Was soll das denn sein, Oralsex? Wir wissen es auch nicht. Aber wir werden es nachher durch unseren Star-Korrespondenten Kai Edel klären lassen. Und wir haben heute Abend fabelhafte Gäste, eine Hinreisende, eine attraktive, junge Schauspieler, meine Damen und Herren, und den Grand Senior der deutschen Sportberichterstattung, Eva Habermann bei uns zu Gast und Dieter Kürten. Und, ja, das Allerneuste, schauen Sie diese Adresse. An diese Adresse können Sie Ihr Video schicken. Sie wissen, wir haben das in der letzten Woche begonnen mit großem Erfolg. Wenn Sie einen sympathischen kleinen Mittelstandsbetrieb haben, Bäckerei, Metzgerei oder Daimler-Benz, machen Sie ein Video, dann präsentieren Sie mit diesem Betrieb die große, teure Werbung, die wir jetzt für Sie zeigen. Und heute wieder ein sympathischer kleiner Betrieb, der die Werbung präsentiert hier aus Köln. Die nachfolgende Werbung wird Ihnen präsentiert von Damen- und Herren-Salon Peter Bach, Hohenzollernring 103, 50672 Köln. Ob blond, ob rot, ob braun, meine Männer lieben alle Frauen. Bei uns gibt's nicht nur Waschen, Schneiden, Föhnen, hier gibt's auch jede Menge zu klönen. Der Peter, der Manfred, die Birgit, und der Femi freuen sich auf ihren Besuch in unserem Friseursalon. Wo? Damen- und Herren-Salon Peter Bach, Hohenzollernring 103, 50672 Köln. Haben Sie es gelesen? So groß in den Zeitungen Popkünstler Elton John eventuell pleite, heißt es. Wir wissen es wieder nicht genau und ein enger Berater, der ihn wirtschaftlich berät, soll gesagt haben, Elton John leidet so stark unter Kaufsucht, sein ziemlich großes Vermögen ist demnächst weg. Das wäre schade, das große, große Vermögen von Elton John irgendwie weggeweht wie eine Kerze im Wind. Wenn es Elton, meine Damen und Herren, Sie sind zu Recht betroffen, utterly devastated. Wenn es Elton treffen sollte, er fällt nicht tief, denn es gibt ja die Lady Di Stiftung für Notleidende. Elton John soll allein 750.000 Mark in einer Versace-Boutique ausgegeben haben, in der Hoffnung dort einen Anzug zu finden, in dem er auch einen geilen Arsch hat. 750.000 Mark, das sind glaube ich zwei Anzüge bei Versace und er ist finanziell angeblich, ich sage es nochmal, angeblich so stark in der Klemme, er soll sich für alle Fälle schon ein Indio-Kostüm gekauft haben. Sie wissen demnächst in Ihrer Fußgängerzone. Falls Sie ein Fan sind von Hamburgern oder von Steaks oder von Schnitzel, Vorsicht, Schweinepest. Schweinepest, angeblich entstanden, heißt es jetzt, aus der Funktion durch Ferkeltourismus. Und ich dachte bisher, Ferkeltourismus, ist das nicht nach Thailand? Nein, das ist, wenn die Ferkel sozusagen so viel rumgefahren werden, dass man gar nicht mehr weiß, wo sie sich was geholt haben. Die Schweine, das muss man sich klar machen als Fleischesser, ja, Die Schweine werden an einem bestimmten Ort aufgezogen und dann im eigentlichen Stall richtig gemästet. Erst lange gepäppelt und dann gemästet. Das klingt ein bisschen nach der Jugendarbeit des FC Bayern. Die sind völlig okay! Manchmal ist es doch so, oder? Man schaut das Fleisch an und weiß nicht, ist das Schweinepest oder paniert? So wie es aussieht. Schweinepest, ja, man weiß schon bald nicht mehr, was man essen soll, oder? Schweinepest, Hühnergrippe, Rinderwahnsinn Und das Neueste, was ich heute Morgen gehört habe beim Einkaufen, Kaviar-Tripper. Waren Sie heute Morgen auch um 8 Uhr vor dem Kaufhaus, so wie ich? Ja, ich habe ehrlich gesagt auf der Heizlüftung geschlafen. Erstens mal, weil ich zu Hause sparen möchte und zweitens Winterschlussverkauf. Es ist ja so toll. Ich habe mir zwei Strickjacken gekauft und sehr viele neue T-Shirts. Also alles Sachen, die man eigentlich nicht braucht, auch zum Teil nicht in meiner Größe, aber sie waren so stark runtergesetzt, ja? Und dann komme ich hierher zurück zur Vorbereitung und da liegt ein Fax auf dem Tisch. Ab heute exklusiv auch Winterschlussverkauf in der Harald-Schmidt-Show. Und ich kann nur sagen, schreiben Sie mit, greifen Sie zu, es lohnt sich. Unser Winterschlussverkauf. Von unseren beliebten Fan-T-Shirts gibt es jetzt einen riesigen Sonderposten mit klitzekleinen Schönheitsfehlern. Wenn Sie jetzt zugreifen, können Sie viel Geld sparen. Passend dazu die Harald-Schmidt-Show Shopping-Leggings. Erhältlich in Uni oder einfarbig, macht sie zur Queen jeder Fußgängerzone. Fühlen Sie sich abends oft richtig erschlagen? Jetzt gibt es unsere Liebling des Monats Bettwäschegarnitur Ernst August. Kofen wie die Prinzen, Schnarchen wie die Monarchen, Ratzen wie Tod. Für Fans, die nicht alle Shows gesehen haben, gibt es jetzt die große Videokollektion. Die 10.000 schönsten Frauen aus der Harald-Schmidt-Show. Natürlich mit allen Namen und Telefonnummern. Ein Riesenspaß für jeden Stammtisch. Wem das nicht scharf genug ist, der holt sich das Kaufvideo Helmut Zerlet, seine tollsten Gesten. Natürlich mit allen Nummer 1-Gesten. Und Helmut Zerlet lacht, Helmut Zerlet denkt nach und Helmut Zerlet weiß es auch nicht. Als Extra-Bonus gibt es noch eine völlig neue, bisher unveröffentlichte Geste. Helmut Zerlet freut sich. Jetzt im Schlussverkauf. Der Winter-Flussverkauf in diesem Jahr erfolgreich und billig wie nie. Und wir weisen gerne auf einen Laden gleich in unsere Nachbarschaft hin, wenn Sie sagen, Donnerwetter in meiner Disco. Da könnte ich mal wieder was erneuern. Die eine oder andere Tango-Kugel klemmt schon ein bisschen. Unser Werbevideo. Winter-Schlussverkauf im Disco-Bedarf Ihrer Wahl. Winter-Schlussverkauf bei Disco-Bedarf Gülü-Nurklu. Die geilsten Sachen für wenig Kohle. Total reduziert. 1A-Disco-Kugeln. Disco-Nebel bis der Arzt kommt. Nach unserem WSV-Motto, hau weg die Scheiße. Extrem männliche Gebrauchsschnauzbärte zum Weiberscharfmachen in der Disco. Bei gutem Falschen noch billiger. Und für praktisch kein Geld kriegt ihr dieses Telefon. Ein Mikrofon, einen Ascher, ein Glas, eine prima rosa Lampe und diese Frau. Außerdem im Sonderangebot noch mehr Schnauzbärte. Und noch viel mehr Disco-Nebel. Winter-Schlussverkauf bei Disco-Bedarf Gülü-Nurklu. Wo die wahren Disco-Kings einkaufen. Noch diese Woche, dann ist der Januar schon wieder vorbei. Hier passt der Satz, Kinder, wie die Zeit vergeht. Oder? Kinder, wie die Zeit vergeht. Lange nicht mehr gehört dieser Satz. Und dann ist auch unser Liebling des Monats hier nicht mehr dabei. Prinz Ernst August von Hannover im Januar der Liebling des Monats. Und ich darf Sie jetzt schon einladen. Überlegen Sie, wer könnte unser Liebling des Monats Februar werden? Ernst August aus dem Hause der Welfen. Ein Mann des Geistes. In London erzogen. Ein Mann der Bildung. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Dankeschön sagen. An die Millionen von Intellektuellen, die jeden Abend ihre Bücher aus den Händen fallen lassen, um unsere Sendung zu schauen. Und unsere neue Reihe hat so viele neue Fans in die Heimat des Glücksrats getrieben, dass wir nur sagen können, Dankeschön. Kultur vom Feinsten, interpretiert von der Stimme Deutschlands. Unser Kollege Elmar Gonsch. Aber Dancing Queen. Freitag Nacht und die Lichter sind gedämpft. Such einen Platz, wo man hingehen kann. Wo sie die richtige Musik spielen. Wo der Swing ist. Du kommst rein, guckst nach einem King. Jeder könnte dieser Typ sein. Die Nacht ist jung und die Musik fetzt rein. Mit ein bisschen Rock'n'Roll wird alles toll. Du hast Bock abzutanzen. Und wenn du eine Chance witterst, bist du die Dancing Queen. Jung und süß. Gerade 17. Dancing Queen. Fühl den Beat vom Tambourin. Du kannst tanzen. Du kannst tanzen. Du kannst scheifen. Eine richtig tolle Zeit haben. Schaut das Mädchen an. Checkt die Szene aus. Fahrt ab. Auf die Dancing Queen. Ich habe gerade ein kleines Steak gegessen. Schweinepest, aber hat nur die Hälfte gekostet. Sie wissen ja, der Fernsehmarkt wird immer brutaler. Täglich starten neue Sendungen. Die Konkurrenz immer härter, immer mörderischer. Da ist es klar, dass die Sender Millionen in Werbung investieren. Mit sogenannten Slogans. Und wir alle kennen diese Sprüche. Zum Beispiel ZDF. Unser großartiger Sender. Bei dem auch unser Gast Dieter Kürten arbeitet. Darüber spricht man. Diesen Slogan kennen Sie, aber wussten Sie eigentlich, dass es ursprünglich heißen sollte, alles von Ihren Gebühren. Das gab dann eine lange Diskussion. Dann war man für die Nummer 39 auf Ihrer Fernbedienung. Ab nächster Woche heißt es offiziell ZDF. Der Sender mit Kerner. Ein anderer Sender ist Sat.1. Das ist der Slogan, preisgekrönt in allen Festivals und noch mehr Wohnzimmern. Ich drück dich. Das ist jung, das ist dynamisch, das kommt an. Ursprünglich sollte es mal heißen Sat.1. Ich freu mich. Das war mir aber viel zum Erfolg stümlich. Dann hieß es Sat.1. Ich weiß nicht. Das hätte vielleicht die Werbekunden abgeschreckt. Also entschied man sich für Sat.1. Der Sender ohne Kerner. Marktführer RTL. Jeden Abend bis zu 400 Millionen Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe der unter Dreijährigen ohne Schulabschluss mit eigenem Porsche. RTL, der Slogan ist, wir zeigen es Ihnen. Platz 1 knapp vor Brünett sind die Anderen. Oder auch das hier, RTL, ein Heim für Holland-Höring. Noch einer? Noch ein letzter Slogan von RTL, der abgelehnt wurde, weil zu anspruchsvoll. RTL, Titten, Titten, Titten. Hätte irgendwo auch zu Sat.1 gepasst. Premiere. Viele von uns Besserverdienern kennen das nur mit Schnee, weil wir keinen Dekoder haben. Das große Erlebnis, nicht schlecht, aber besser hätte uns gefallen. Premiere. Fernsehen war gestern, die Rechnung kommt morgen. Oder Premiere. Scheiße ohne Schüssel. Ich gucke mir das teilweise mit vier Untertiteln gleichzeitig an und rückwärts, um intellektuell einigermaßen mein Niveau zu erreichen. RTL, sehen Sie selbst oder auch RTL, Froschfresser-TV. Arte, ebenfalls ein Slogan, der nur knapp abgelehnt wurde. Wir haben die ganze Intellektor-Scheiße. Das wäre eigentlich gut gewesen. Arte, Themenabend, Bill Clinton. Slogan, ich mach's mir heute französisch. Vox, die Älteren werden Sie noch erinnern, das war mal ungefähr fünf Tage lang unter der Leitung von Ruprecht Eser, der jetzt sonntags morgens so eine Art Larry King mit Hosenträgern macht. Im ZDF, Vox, das ist der Slogan, der Millionen von Vox-Zuschauern anlockt. Es hätte einfacher sein können mit dem Slogan Vox. Bitte, bitte, gucken Sie uns. Und unser Lieblings-Sender, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe türkische Mitbürger, wenn Sie keinen Sat.1 sehen können, es gibt ja noch TRT. Der großartige türkische Sender. Unser Slogan TRT, ich glaube, ich brauche einen Döner. Oder? Warum nicht? TRT. Oh, ich bekomme ein Zeichen, meine Damen und Herren, es ist soweit. Unser Star-Sonderkorrespondent Kai Edel, jetzt live vor dem Weißen Haus in Washington. Hallo, Name Kai Edel. Hallo Köln, hallo Horat Schmidt. Kai, wie ist momentan die Stimmung im Weißen Haus? Gedrückt, Herr Schmidt, gedrückt. Die widerliche Sex-Hetz-Kampagne gegen Bill Clinton zeigt erste Spuren. Und ich finde, hier muss sich gerade die Presse mal wieder nach der Eigenverantwortung fragen lassen. Absolut, ein schmieriges Spektakel, Kai Edel, bei dem sämtliche Geschmacksgrenzen überschritten werden und der US-Präsident ja nur noch als Witzfigur dasteht. Sie sagen es, Herr Schmidt, absolut. Man hat den Eindruck, hier werden Tatbestände fingiert und Beweise manipuliert, nur um den Leumund des Präsidenten zu beschädigen. Das ist unerträglich. Kai, was anderes, was haben Sie da eigentlich in der Hand? Ach das, das sind hier zurzeit die amtlichen Korrespondenten-Mikros. Kai, Kai, bitte. Das ist absolut geschmachlos, ja? Kai, das ist unter aller Kanone. Ja, Sie haben recht. Tut mir leid, aber... Kai, das ist ja wirklich primitivster Schmutzjournalismus. Haben Sie hier irgendwas Seriöses für uns? Ja, natürlich haben wir noch was Seriöses für Sie. Und zwar... Bills Schwanzcreme. Ein Prängel wie der Präsident. So wird dieses Präparat geworben. Und ich finde... Kai, das reicht. Ich denke, wir brechen hier ab. Herr Schmidt, stopp. Herr Schmidt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Zu spät, Sie hatten Ihre Chance. Nicht wegschalten. Ich habe nämlich eine Sensation, wirklich. Darüber könnte Clinton stolpern, endgültig. Was soll das denn bitte sein? Ja, neben mir steht Monika Lewinsky, die Ex-Praktikantin, die angeblich mit Clinton eine Affäre hatte. Kai, Monika Lewinsky sieht doch völlig anders aus. Herr Schmidt, Sie möchte natürlich nicht erkannt werden. Frau Lewinsky, was ist denn dran an der Sache? Wie ist das gelaufen? Ja, also, der Präsident wollte immer, dass ich so Sachen mache. Aha, das ist ja interessant, so Sachen machen. Und was für Sachen? Naja, Hose auf und ab dafür. Hose auf und ab dafür. Sie haben es gehört, das muss man sich mal vorstellen. Sie hatte eine Art Geheimsprache mit dem Präsidenten, stimmt das? Ja, als er anrief und sagte, Monika, ich habe Hunger. Ja. Wusste ich gleich, was ich zu tun hatte. Nämlich? Ich habe mir was zu essen geholt. Was zu essen geholt? Ja, beim Chinesen. Danke, Frau Lewinsky. Unglaublich. War das ein Hammer, Herr Schmidt? Eine Sensation bei. Ja, und das ist noch nicht alles. Heute gab Hillary Clinton in einem großen Interview ihre Sicht der Vorgänge wieder. Insgesamt stärkte sie ihren Mann moralisch durchaus den Rücken. Wir haben aber Passagen, die nicht gesendet wurden. Sehen Sie selbst. Die Vorwürfe sind absurd. Mein Mann hatte weder etwas mit Monika Lewinsky, noch hatte er etwas mit Helen Baker oder Ricardo Hopper und ihren Töchtern. Frau Lewinsky zum Beispiel hat meinem Mann lediglich mal das Glied abgepustet, als Bill sich schlimm gestoßen hatte. Bill hat mir versichert, dass ihm das gut tat, aber nicht im sexuellen Sinne. Und Doris Waller hat nur vor ihm gekniet, weil Bill ihr einen bestimmten Rotton erklären wollte. Deshalb hatte sie sein Glied vor der Nase und nicht, was Sie denken. Kai, erschüttern. Noch was? Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber mir wurde darüber hinaus ein Videoband zugespielt, das Bill Clinton eindeutig überführt. Tatsächlich? Das würden wir dann doch mal gerne sehen. Ja, Mats, ab bitte. So, dann können wir hier mal abbrechen, gehen wir hier mal raus, da kommt jetzt nichts mehr Wesentliches. Man erkennt ja irgendwie Clinton nicht so direkt, Kai. Naja, das war aber doch eindeutig, Herr Schmidt, ich bitte Sie, ja. Herr Edle, ich bin um Verständnis, aber da sind wir natürlich, wir können, können wir den Rest mal bitte sehen? Ach, Herr Schmidt, das bringt doch nichts. Wir wollen doch hier nicht Haare spalten. Kai, den Rest der Mats bitte, oder das war's für Sie. Ja, also gut, dann Mats ab, bitte. Haben wir das jetzt drauf? Tja, Kai Edle. Herr Schmidt, ich kann das erklären. Kai Edle, ich kann das erklären. Das war's dann wohl. Herr Schmidt, bitte nicht abschleißen. Kai Edle, live vor dem Weißen Haus aus Washington. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ist ein Mann, den ich seit vielen Jahren bewundere und auf den ich mich sehr, sehr freue. Seit 1967 ist er Moderator des aktuellen Sportstudios in ihrem ZDF. Er war Sportchef, Reporter beim ZDF und ab Februar heißt es mit ihm WM-Fieber. Herzlich Willkommen, Dieter Kürten. Das freut mich wirklich sehr, weil Sie sind ja so jemand, der Fernsehgeschichte geschrieben hat in Deutschland, mit dem man sozusagen mit aufgewachsen ist. Also das war, Sport im ZDF, das war einfach über lange, lange Jahre mit dem Namen Dieter Kürten an vorderster Stelle verbunden. Richtig. Seit 34 Jahren dabei. Vier, das ist Tag 1 des ZDF, ne? Ja, 1. April 1963. Gibt's denn bei den vielen, vielen Sachen, Geschichten, wo Sie sagen, das ist was, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Innerhalb des Sportstudios oder in diesen 34 Jahren ZDF? Insgesamt, aber hauptsächlich im Sportstudio. Mir ist besonders präsent, dass ich 34 Jahre lang sehr viel Spaß haben durfte, sehr viel Freude haben durfte bei einem Unternehmen, das sehr großzügig ist, das frei schalten und walten lässt. Und ich glaube, das kann nicht jeder von sich sagen, dass er so viele Jahre unbeschwert hat arbeiten dürfen und das durfte ich. Also das ist ja sozusagen ein Blick zurück völlig ohne Zorn. Ohne Zorn. Ja. Gab's eine Situation, ich erinnere mich zum Beispiel an diese berühmte Szene mit Johnny Weismüller? Ja, das war nun ein Sportstudio an 70, da hatten wir ganz Deutschland auf unserer Seite, als die Lacher, da riss ein Affe. Johnny Weismüller hätte es wahrscheinlich nicht gern getan, denn seine Frau war ziemlich aufgedonnert, aufgeplustert, machte aber dann, als der Affe ihr die Perücke runtergerissen hat, eine fabelhafte Figur. Ich hatte das Gefühl, sie war nicht ganz so nüchtern, wie man sein sollte, wenn man in ein Studio geht. Nachher wurde mir dann auch tatsächlich berichtet, sie hatte vier doppelte Konjac getrunken und hat deshalb diese Affenparade mit großer Leichtigkeit getragen, hat die Mütze wieder aufgesetzt und eine blendende Figur gemacht. Ja, das war eigentlich ein Vorteil für die Situation. Ja, ich habe mich halb tot gelacht, aber man versucht ja dann die Kontonance zu bewahren, war sehr schwer, 500 Menschen im Studio, so wie hier etwa, lagen am Boden und kugelten sich, ganz Deutschland amüsierte sich, also die Szene ist ja nur fast jedermann bekannt, aber immer wenn man sie nochmal sieht, fängt man wieder an, darüber nachzudenken und sich zu schütteln. Wie ist es als Chefreporter? Das heißt, Sie waren für spezielle Aufgaben zuständig, Sie konnten das auch ein bisschen selber raussuchen, was Sie machen? Ja, ich war fünf Jahre Sportchef und danach hatte ich das Gefühl, ich sollte vielleicht wieder mal so ein bisschen mit Mikrofonen und arbeiten und mit den Menschen gehen und dann hat mir der Intendant angeboten, die Rolle des Chefreporters im Sport zu übernehmen, habe ich gern gemacht. Harry Valerian, der das vor mir war, ging gerade in Pension, das passte also nahtlos aneinander. Und seitdem bin ich dort, ja ich kümmere mich um den Nachwuchs, bin aber weiterhin auch Bildschirm präsent. Nur im Sportstudio habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, da haben wir jetzt junge, aufstrebende Kräfte wie Johannes B. Kerner, Michael Steinbrecher, wir hatten Günther Jauch, den haben wir jetzt nicht mehr, Wolf-Dieter Poschmann, unser Sportchef, auch jemand, der gekommen ist während meiner Zeit als Sportchef. Sind das Leute, Poschmann und auch Günther Jauch, die Sie so entdeckt haben? Ja. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Man sitzt zu Hause auf der Couch, sieht jemand eh schon im Fernsehen? Nee, mit Wolf-Dieter Poschmann war das ganz kurios, der kam eines Tages rein und sagte, kann ich bei Ihnen arbeiten? Ja. Und da sagte ich, ich bin etwas verblüfft, aber wir haben viele Möglichkeiten, was hatten Sie sich vorgestellt? Sagt er, ja, ich würde gerne Filme machen, ich würde Reporter sein, ich muss mich allerdings morgen entscheiden, entweder werde ich morgen ein Referat übernehmen und dann werde ich Lehrer oder Sie sagen jetzt ja und dann werde ich Sportjournalist. Sie kennen mich wahrscheinlich, ich bin Langstreckenläufer, ich war Nationalmannschaftsmitglied, ich kann sehr lange, sehr schnell laufen. Ja, wusste ich. Und dann, jo, haben wir uns zusammengesetzt, haben darüber nachgedacht, was er machen könnte und heute ist er Sportchef als einer meiner Nachfolger im ZDF. Solche Karrieren gibt es immer noch. Wäre das denn heute noch denkbar? Ja, halte ich für möglich. Zumal wir ja im Sport, im ZDF vielen jungen Leuten Chancen geben, Fuß zu fassen, zu lernen, was wir da machen und da bleiben immer unter 100, bleiben über 10, 15, 20 hängen, wie wir sagen, die wir sehr gut einsetzen können und die ihren Weg machen. Und die Leute halten ja eigentlich dann auch dem Sportschule doch sehr, sehr lange die Treue. Ja, also das ist erstaunlich. Bei der großen Konkurrenz, die wir jetzt haben, Samstagsabends, auf allen Kanälen, nicht nur Sport, Unterhaltung, Harald Schmidt, alles Mögliche ist ja da. Da haben wir immer noch so im Schnitt drei Millionen Zuschauer, Samstagsabends um 10 und das finde ich erstaunlich. Ich bedauere sehr, dass das bei mir damals mit dem Sportschule nicht geklappt hat. Ja, das ist ja überhaupt die Gründe. Wo es, ne, wirklich allen Ernstes, wissen Sie, dass er Sportschule-Moderator werden wollte, also gerne geworden wäre. Und ich war da, wenn ich Sportchef gewesen wäre, lieber Harald Schmidt, Sie werden es geworden, ich schwöre es. Aber mein Nachfolger Karl Senne, ja, selbst glauben die wieder nicht, mein Nachfolger Karl Senne war der Meinung, wir müssten uns etwas zurückhalten mit freien Mitarbeitern. Das wären Sie ja nun zweifellos gewesen. Wir hatten damals Bernd Heller, wir hatten Günther Jauch, wir hätten gern Harald Schmidt gehabt. Also, wie gesagt, Karl Senne war etwas reserviert. Aber Eberhard Figermeyer, der damals der Leiter der Redaktion Sportschule war, und ich, ich war der Vertreter von Karl Senne, wir waren ganz fest dabei, Sie zu engagieren. Das hätte mir Riesenspaß gemacht. Und ich schwöre Ihnen, wenn Sie nicht die Felix, Kurt Felix, verstehen Sie Spaß, übernommen hätten, so urplötzlich, wir hätten es geschafft. Aber dann wäre ja vielleicht auch das Sportstudio, hinterher von dir die Hallervorden, gemacht worden. Und jetzt, war Frank. Und ich glaube, es hätte, es hätte einen großen Vorteil gehabt, wenn ich das Sportstudio hätte moderieren dürfen. Ich hätte, glaube ich, Carmen Thomas ein bisschen rehabilitiert, ja, die immer noch dieses Schalke 05 sich anhören muss, weil das hätte mir auch passieren können. Ich verwechsel Chemnitz und Cottbus und so weiter. Also da wären sicher auch teilweise schon Verblichene in der Nationalmannschaft aufgestellt worden, weil ich das irgendwie nicht mitgekriegt habe, dass die schon seit 20 Jahren nicht mehr dabei sind. Aber Sie hätten wahrscheinlich mehr Stehvermögen bewiesen. Ich weiß es nicht. Also bei Ihrer Klasse und Ihrer Länge. Ich gucke es mir eigentlich, also liebe Zuhause, weil ich ein, ich muss ja sagen, ich bin auch ein großer Fan von diesen Standardsätzen. Da wird ja oft in der Presse drüber genörgelt. Ich mag das, wenn es heißt, eine Standardsituation oder der nachfolgende Eckstoß brachte nichts ein oder so. Oder wenn Sie hinten dicht machen und vorne langsam laufen lassen. Richtig. Also man will das hören, das schafft es, es ist so etwas Vertrautes und so war das auch immer. Aber warum auch nicht, ne? Was ist das, was Sie jetzt machen für die Fußball-Weltmeisterschaft? Sozusagen Einstimmung auf die WM? Ja, wir machen jetzt eine Sendung, die geht am 27.02. zum ersten Mal über den Sender. Läuft freitags um 14.30 Uhr, WM-Fieber. Da wollen wir zurückblicken auf die vergangenen Weltmeisterschaften. Da gibt es ja unglaublich interessantes Material, tolle Geschichten. Allein die Frisuren bei Beckenbauer, Breitner, Hönes. Hönes ist doch schlank. Hönes ist sehr schlank, kaum zu erkennen. Ja, oder wie Klaus Augenthaler sagt, kaum zu glauben, dass der Mann mal schnell war. Ja, genau. Richtig. Also die soll laufen bis in den Mai hinein und dann setzt ja schon im Juni die Fußball-Weltmeisterschaft ein. Also wir wollen die Leute auf den Geschmack bringen. Und ich soll sie moderieren. Dreiviertelstunde. Ich denke, dass wir da ganz schöne Sachen auf den Tisch bringen. Und das wird sicher eine große Akzeptanz finden, denn so alte Sachen, es gucken sich ja unglaublich viele Leute nachts die alten Länder spielen. Genau, unser Archiv ist voll gestoppt für solche Dinge. Wir wollen das nutzen. Sie sind dann selbstverständlich auch mit dabei bei der WM in Frankreich? Ja. In welcher Funktion? Als Moderator und an der Seite von Karl-Henz Feldkamp, unserem Experten, der ja besonders bei Berti Vogts besonders begehrt ist. Natürlich, klar, mit dem Satz, ich weiß nicht, ob das in der zweiten Hälfte reicht. Ob das gut geht, ja. Man könnte auch darüber nachdenken, vielleicht die Seiten mal zu tauschen. Aber ich will nicht so viel sagen. Ja. Sagt er. Und dann sagt Berti Vogts, der Experte hat keine Ahnung da. Riskiert Sie einen Tipp für die Fußball-Weltmeisterschaft? Brasilien und Deutschland im Finale. Wirklich wahr? Ja. Also wir kommen wieder ins Endspiel. Ja. Ja. Über den Kampf zum Spiel. Unsere Tugenden. Ja. Sie haben ja alles parat. Nein, ich freue mich da wirklich drauf, weil ich will auch diesen Satz hören, wir sind eine Turniermannschaft. Sind wir, ja. Ja, so beim ersten wackeligen 1-1 oder so. Wir quälen uns durch die Vorreitung, aber dann sind wir voll da. Unglaublich. Also das war bei der EM, Berti Vogts sagte, wenn ich sehe, was ein Mann wie Dieter Eils da hinten arbeitet. Oft gar nicht zu sehen, aber er tut's. Ja. Und so. Ja. Aber das ist... Er hat ihn jetzt wieder reingenommen in das 40er-Aufgebot. Ja, ich habe es heute. 40 Mann... Erstmal benannt und dann wird reduziert auf 22. Das ist dann bitte. Und dann wird nachnominiert. Auch eine tolle Sache. Auch. Immer auf Abruf steht immer welche bereit. Wer ist denn Ihrer Meinung nach der beste... Er kann alles hier. Nachnominieren. Nein, das ist aber... Ich bin so mehr in dieser Position wie sozusagen des Spielbetrachters, der dann irgendwie den Spieler mit den Adiletten und verschwitzt sagt, nehm erst mal Platz. Überraschend das ausscheiden. Sicher, aber wie ist die Stimmung jetzt bei euch? Also so richtig kommentieren. Wer ist Ihrer Meinung nach der beste Fußballspieler der Welt? Ach, wenn Maradona noch die Form hätte. Ja, aber das ist Schnee von gestern. Ja. Er versucht es ja immer wieder. Wahrscheinlich schon Ronaldo, oder? Ronaldo, ja. Also ich meine, Endspiel Brasilien gegen Deutschland, das wäre natürlich für alle der Traum, aber man wird es sehen. Es wird jedenfalls interessant sein. Es wird zwar von den Kollegen der ARD übertragen, wir sind diesmal dran mit dem Eröffnungsspiel, aber ich würde es Ihnen können. Herr Kürten, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich Sie mal kennengelernt habe. Ja, ich auch. Ja? Viel Erfolg. Meine nächste Gast, meine Damen und Herren, wurde Frau Wenigthang, junge, 22 Jahre alt. Sie ist schon seit 95 dabei. Pumokel TV hat sie gemacht in der ARD und man glaubt es kaum, wenn man dieses Foto sieht und wenn man sieht, welche Rolle sie in Kürze im ZDF spielen wird. Herzlich Willkommen, Eva Habermann. Dieses Foto hier. Ich war sehr überrascht, weil ich finde das sehr mutig, aber es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil es ist einfach wow, verstehst du? Also es ist einfach oben ohne fotografiert und man sieht ja viele, ja, man sieht viele, ich sag das deswegen, man sieht viele Kolleginnen von dir, ja, die quetschen dann sozusagen hier schon im gynäkologischen Bereich und wollen auch nackt, aber drücken dann alles weg und du machst einfach hier oben ohne. So was macht ihr keine Probleme? Ich muss gestehen, wir haben auch so angefangen, dass ich mit der Pistole immer so etwas vor mir war, aber das war dann irgendwann so peinlich und so verklemmt, dass ich sagte, mein Gott, dann machen wir das halt so. Und ich wollte auch so ein bisschen gegen anstenkern, gegen dieses Pumuckl-Image, gegen dieses süße, brave, niedliche Mädchen. Und dann, ah, lass uns mal die Bihar aus! Und so. Ah, ja, 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 runter mit die Bihar! Ich mein... Wie haben deine Eltern reagiert? Die fanden das nicht so toll. Ja, dein Vater ist Jurist, stimmt das? Ja, stimmt. Und deine Mutter? Meine Mutter ist Hausfrau. Wie hat die reagiert? Ja, schick fand sie es nicht so direkt, also begeistert war sie nicht. Wie, 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 wie sagt die dann in so einem Fall? Eva, wir müssen reden, oder? Ähm, ähm, naja, sie hat mir kurzer Zeit erzählt, dass ich so ein bisschen das schwarze Schaf jetzt wäre, aber diese Meinung hat sie mittlerweile wieder geändert. Ihr seid zwei Schwestern zu Hause, ne? Ja, genau. Und deine Schwester ist auch sehr attraktiv. Weißt du, wo ich die gesehen habe, wo ich euch beide gesehen habe? Nein, du hast uns bei Fliege gesehen. Ja, bei Pastor Fliege! Und das Thema war, irgendwie meine Schwester ist der große Star oder so ähnlich, ne? Ich stehe ein bisschen im Schatten. Ja, ne, mein Bruder ist prominent. Mein Bruder ist prominent, deswegen wart ihr beide da. Ja, ich bin da. Ja. Ja. Ja, genau. Bei Pastor Fliege. Ja, ja. Und deine Schwester ist jünger oder älter? Ne, die ist älter als ich. Älter. Fünf Jahre, ja. Und was studiert die oder ist schon fertig? Die hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeitet bei Siemens. Ja. Also was ganz was bodenständiges. Genau. Und Sie, das war ein völlig anderer Typ als du. Mhm. Ja. Und so mit Brille. Und uns glaubt auch niemand, dass wir Schwestern sind. Aber auch sehr sehr attraktiv. Und Sie trug so Strümpfe, die mich irgendwie wahnsinnig neugierig gemacht haben. Nein. Äh, das waren so Strümpfe, die sozusagen hier endeten. So wie so, wie wir sagen, Strumpfhosen ohne das Hosenteil. Ja? Habe ich recht? Ja, ja. Ich habe es gesehen, weil Fliege immer mehrmals mit der Hand so drüber ging. Ohne, ohne zu berühren, aber eigentlich so. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber ich. Echt? Ja. Wie war das mit Fliege? So hinterher und so, sitzt man noch zusammen, trinkt was oder? Ja, ne, das war sehr charmant. Ja. Ja. Sehr nett. Absolut nett. Jetzt bist du in einer großen Serie wieder mit dabei. Also deine Karriere läuft hier wunderbar. Eine Serie nach der anderen. Und die startet im ZDF am 4. Februar, das nächste Woche. Genau. Ein 200-Teiler oder wie? 20-Teiler. Ein 20-Teiler. Das ist ein 20-Teiler. Ja. Und wir sind der Pilotfilm davon. Das ist der Pilotfilm. Wie heißt die Serie? Die Serie heißt First Love. First Love. Ja. Die erste Liebe. Ja. Und ich glaube, deine Mutter wird beruhigt sein, wenn sie den Ausschnitt sieht, den wir jetzt zeigen. Alles okay, Frau Habermann, mit ihrer Eva. Matz ab. Ja. Ja. Ist doch egal. Ist doch egal. Kommt schon wieder auf. Rikki, mach auf! Ach, Riese! Das ist was geil. Oh Gott. Rikki, bist du da? Ja, komm, 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 komm. Geh runter. Geh runter. Du musst sie unten beschäftigen. Ich bleib hier oben, ja. Komm. Rikki, der Schlüssel steckt. Ich komm nicht rein. Nein! Sie merkt doch bestimmt was. Sie wird nichts merken, bestimmt nicht. Und was soll ich ihr sagen? Sag ihr irgendwas, sag ihr. Du bist eingeschlafen. Du bist eingeschlafen, ja. Ich weiß, dass du da bist. Ich versuch's. Aber es ist ja, wie das so heißt, inhaltlich begründet, ne? Jawohl. Der junge Mann, wer ist dein Partner? Andreas Brucker. Der war doch auch mal irgendwie in Verbotene Schwestern oder so. Ja, in Verbotene Liebe. Verbotene Liebe. Genau, ja. Ist da ausgestiegen? Ja. Und jetzt dein ständiger Partner in dieser Serie? Nein, ist nicht mein ständiger Partner, weil es sind lauter Episodengeschichten. Also in jeder Episode kommt jemand anderes vor. Ja. Und unsere Geschichte ist ganz abgetrennt von jeder anderen. Ja, aber du bist in jeder dabei? Nein! Ach so, das ist nur der Pilotfilm für die ganze. Ja, weil in jeder Geschichte wird eine andere Story erzählt. Ach so, ja. Mit anderen Personen und einer anderen Handlung. Und was ist diese andere Sache, die du drehst, die Nachfolgeserie von Gegen den Wind? Ach so, die heißt Strandklicke wahrscheinlich. Und es geht darum, um fünf Jugendliche, die sich zusammenfinden und ein Jugendcamp aufbauen an der Nordsee. Ja. Und bist du da wieder so wie bei Gegen den Wind hinter Ralf Bauer her? Nee, der spielt ja gar nicht mehr mit. Ach so, das ist aber schade, oder? Ja? Dafür haben wir andere attraktive Männer, wie zum Beispiel Marco Girnd oder Patrick Bach. Patrick Bach? Mhm. Der war ja irgendwie lange nicht zu sehen, ne? Also ich meine, hat sich bewusst ein bisschen rar gemacht, um sie nicht verheizen zu lassen, oder? Weil nicht von schlechten Eltern oder so. Stimmt es, dass du dir Anfang dieses Jahres, und ich kann es kaum glauben, weil man gar nicht sieht, so eine kleine Narbe am Kinn hast entfernen lassen? Ja, die sieht man nicht mehr, die ist gut überschminkt. Die ist ungefähr hier. Ja. Seht ihr die? Man sieht es wirklich nicht mehr. Wie bist du zu der Narbe gekommen? Nee, das war vor eineinhalb Jahren. Da musste ich Rollerblades fahren, und nach einer Ecke mündete der Weg in einen Kieselsteinweg, und darauf war ich nicht vorbereitet. Ich bin auch noch bergab, und ich habe mich sowas von tierisch auf die Fresse gepackt dabei. Und das Blöde war nur, dass sich diese Narbe entzündete und immer dicker wurde, und dann musste ich irgendwas tun. Ja. Und wie wird das gemacht? Wird so ein bisschen abgeschliffen oder so? Nee, wird aufgeschnitten und zugenäht und so. Es ist nicht so schön. Noch wieder neu gemacht? Ja. Ganz neu. Wollen wir hoffen, dass es sich damit mit den Unfällen erstmal hat? Einen Auffahrunfall hattest du auch? Ja, oh Gott, oh Gott. Es war irgendwie am dritten Januar, da bin ich mit meinem Golf so durch die Gegend getourt, und habe ein Geschäft gesucht, und fuhr dabei immer weiter auf die andere Straßenseite, war schließlich Linksverkehr, und das war dort nicht so angesagt. Und dann habe ich einen Unfall gebaut, und dann habe ich mir an meinem Geburtstag ein neues Auto gekauft. Wie, war der Golf so Schrott? Er war total Schrott. Mir ist überhaupt nichts passiert, aber absoluter Totalschaden, sah super furchtbar aus. Und was hast du jetzt für ein Auto gekauft? Ich habe mir so einen kleinen, süßen BMW Kompakt gekauft. Kompakt, das ist mit Ladefläche hinten. Ja? Nein? Weniger sieht aus, als wäre hinten jemand reingefahren, das ist ziemlich flach. Aber hat auch Vorteil, fällt nicht auf beim nächsten Auffahrunfall, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung, du hast letztes Mal, als du bei uns warst noch zuhause gewohnt? Ja. Ist das immer noch so? Nee. Wo lebst du jetzt? Ich verbringe die meiste Zeit mit meinem Freund in seiner Wohnung, aber ich habe auch eine eigene Wohnung. Ah, und was macht dein Freund, auch Schauspieler? Nö, ganz und gar nicht. Was macht er denn? Der ist Tennislehrer. Tanzlehrer? Tennislehrer. Ach, Tennislehrer. Ja. Ja. Habt ihr euch beim Tennis kennengelernt? Ja, weil ich für eine Rolle sollte ich Tennis spielen lernen, wo ich die 24. der Weltrangliste spielen sollte, innerhalb von zwei Wochen, was etwas schwierig war. Aber es ging, es ging. Und dabei hat es gefunkt. Ist doch wahnsinnig romantisch. Oder? Ja. Und lebt deine Schwester noch zuhause? Nee, 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 die lebt schon, sie lebt schon seit sechs Jahren, nicht mehr zuhause. Wo lebt die? In Karlsruhe hat sie studiert und jetzt wohnt sie am Chiemsee in Traunschweig. Ah ja, das ist eine ganz tolle Ecke da unten. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wenn ihr mal Zeit habt, kommt doch mal beide hier zusammen vorbei. Ah, willst du uns gemeinsam einladen? Ja, wie bei Pastor Fliege. Ja, gerne. Und sie muss dann aber auch wieder mit ihren Strümpfen kommen. Die Schwester sollte diese Strümpfe anziehen und die Brille. Ach so. Tornt dich das an? Nein, ich würde nicht sagen, dass mich das antörnt, aber man kann nicht glauben, dass ihr Schwestern seid, wenn man euch so nebeneinander sieht. Und ich habe Pastor Fliege angesehen, dass er Ähnliches gedacht hat wie ich. Ah ja. Ja, kaum zu glauben, dass das Schwesternsinn hatte gedacht. Ja. So unterschiedlich, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Mhm. Erfolg hast du sowieso. Und auch, dass diese Sache da im ZDF First Love gut einschlägt. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Tschüss. Noch nicht. Ja, genau. Hurra. M عن sich. Eng virgin. flavorsia Untertitelung des ZDF für funk, 2017